Lachsspieße Zutaten 700 Gramm norwegisches Lachsfilet Ohne Haut und Gräten 2 EL Rapsöl Salz 1 Bund Blatt Petersilie 1 Knoblauchzehe 1 Zitrone Zubereitung Für die Grimolata die Petersilie und den Knoblauch fein hacken und mit abgeriebener Zitronenschale wie unbekanntes Zeichen schämen Das Lachsfilet kalt abbrausen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in große Würfel schneiden An unbekanntes Zeichen schließend in Rapsöl wenden und aufs Bässe stecken Mit Salz und Pfeffer würzen, rund um ca. 3-4 Minuten grillen Kleine Tipps, mit denen Lachsgrillen immer gelingt 1. Rost mit einer Stahlbürste gut reinigen und vor dem Grillen dünn mit Öl einpinseln 2. Zirka 30 Minuten anheizen Anfangen, wenn die Kohle heiß und mit einer grau-weißen Schicht bedeckt ist 3. Für ganze Fische ist ein spezieller Grillkorb ideal Vor dem einliegenden Korb dünn einölen 4. Zarte Lachsfilets nicht durchgrüllen, sondern das Innere leicht rosig lassen 5. Vor Austrocknen schützt Alufolie Kräuter, Gewürze und Beilagen dazugeben 6. Zum Grillen ganzer Lachsseiten sind hölzerne Grillplanken der Geheimtipp Lammfleischspieße Circa 30 Minuten plus Marinierzeit, mediterran Zutaten für 4 Personen, Proportion, 429 Kilokalorien 9 Gramm Kohlenhydrate, 44 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Fett 800 Gramm Lammkeule ohne Knochen, 80 Milliliter Olifenöl, 150 Milliliter Rotwein, Saft von einem Zitrone, 2 EL geschnittene Kräuter, Rosmarin, Petersilie, Oregano, Pfeffer, 8 kleine Zwiebeln e circa 80 Gramm, Salz Abadem, 8 Metalspieße 1 Lammkeule in circa 3 cm große Würfel schneiden Oder, an der Fleischtheke in ihrem Edeka Markt in Würfel schneiden lassen 2 Olivenöl mit Rotwein, Zitronensaft, Kräutern und Pfeffer mischen Die Lammfleischwürfel zugeben, wenden und zugedeckt über Nacht im Kühlschrank marinieren 3 Zwiebeln schälen und vierteln Fleisch aus der Marinade nehmen, abtropfen lassen Abwechselnd mit den Zwiebeln auf die Spieße stecken Salzen 4 Spieße auf den vorgeheizten Grill legen und etwa 15 Minuten grillen Ab und zu mit Marinade bepinseln Schweine-Kotelets mit Honig-Kile-Marinade Circa 30 Minuten plus Marinierzeit, pikant Zutaten für 4 Personen Pro Portion 415 Kilokalorien 4 Gramm Kohlenhydrate 43 Gramm Eiweiß 25 Gramm Fett 60 Milliliter Olivenöl 1 EL Honig 1 EL Bunte Pfefferkörner 1-2 Rosmarin 4 Schweine-Kotelets 4 Schweine-Kotelets 1 Das Olivenöl mit Honig verquirlen Pfefferkörner Abgezupften Rosmarin und Kiliskote zugeben 2 Die Schweine-Kotelets waschen Trockentupfen und mindestens 2 Stunden, besser, über Nacht, abgedeckt im Kühlschrank in der Marinade ziehen lassen 3 Grill anheizen Sobald die Kohlen ohne Flammen glühen, werden die Kotelets leicht gesalzen und von jeder Seite etwa 5 Minuten goldbraun gegrillt Sommergemüse Circa 40 Minuten, vegetarisch Zutaten für 4 Personen, Proportion, 219 Kilokalorien 18 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett 2 kleine Fenchelknollen, 2 Zucchini, 4 mittelgroße Tomaten, je 1 mittelgroße gelbe und grüne Paprikaschotte, 2 kleine rote Zwiebeln, 3 EL-Oliven, unbekanntes Zeichen Öl, Salz, Pfeffer Für die Marinade, 10 Basilikumblätter, 2 Knoblauchzehen Abrieb von einer Orange, 5 EL-Orangensaft Ein Gemüse waschen und abtropfen lassen Fenchel putzen Fenchelgrün beiseite legen, Fenchelknollen in Scheiben schneiden Zucchini in Scheiben schneiden Unbekanntes Zeichen den Tomaten halbieren, Stielansatz entfernen Paprikaschoten halbieren, putzen, in einem Zentimeter breite Streifen schneiden Zwiebeln schälen und eicheln Zwei Gemüse mit Öl einpinseln, salzen, pfeffern In eine Alugrillschale legen Drei sobald die Kohlen ohne Flammen glühen Grillschale auf den Rost legen und das Gemüse Drei Minuten grillen Wenden, mit Öl beträufeln und weitere drei Minuten grillen Vier Fenchelgrün und Basilikum hacken, mit fein gewürfeltem Knoblauch und Orangenabrieb mischen Gemüse mit Orangensaft beträufeln und mit der Orangenkräutermischung bestreuen Champagner Limetensorbit Circa 60 Minuten plus Gefrierzeit Fruchtig Zutaten für 4 Portionen Pro Portion 248 Kilokalorien 43 Gramm Kohlen Unbekanntes Zeichen Hydrate 1 Gramm Eiweiß 0 Gramm Fett 300 Milliliter Wasser 150 Gramm Zucker 200 Milliliter Limetensaft 375 Milliliter Champagner 1 Eiweiß Limetenscheiben Zitronenmelisse Ein Wasser und Zucker aufkochen, etwas abkühlen lassen Limetensaft und Champagner zugeben und das Eiweiß einrühren 2 in eine Eismaschine gefrieren lassen oder in einer Metallschale ins Gefrierfach stellen und mehrmals umrühren 3 das fertige Sollbrot mit Limetenscheiben und einigen Zitronenmelisseblättchen garnieren Eismuffins Circa 50 Minuten plus Backzeit Kinderhit Zutaten für 24 Portionen Pro Portion 221 Kilokalorien 23 Gramm Kohlenhydrate 3 Gramm Eiweiß 13 Gramm Fett 120 Gramm Vollkornmehl 140 Gramm Mehl Type 550 2 TL Backpulver 11 Unterstrich Natron Abrieb von einem Zitrone 1 Ei 140 Gramm Zucker 80 Milliliter Pflanzenöl 250 Milliliter Buttermilch Je 12 Kugeln Vanille und Zitroneneis 200 Milliliter Schlagsange 50 Gramm Schokostreusel Außerdem, ein Muffinsblech mit 12 Vertiefungen Butter Paniermehl 1 Backofen auf 180 Grad Oberschrägstrich unter Hitze, um Luft 160 Grad, vorheizen Die Vertiefung eines Muffinsblechs einfetten und mit Paniermehl ausstreuen 2 Beide Mehlsorten mit Backpulver, Natron und Zitronenabrieb mischen Das Ei leicht verquirlen, mit Zucker, Öl und Buttermilch verrühren Die Mehlmischung unter das eigene Schrüren 3 Teig in die Blechvertiefungen einfüllen Im Backofen 20-25 Minuten backen Muff-NS abkühlen lassen Quer halbieren und auf allen Hälften je eine Kugel Eis geben 4 auf jede Eiskugel etwas geschlagene Sahne geben und mit Schokostreuseln bestreuen Sofort servieren Kalipirinal-Eisdrink Circa 20 Minuten, alkoholhaltig Zutaten für 4 Gläser Proportion, 187 Kilokalorien 42 Gramm Kohlenhydrate 0 Gramm Eiweiß 0 Gramm Fett 3 Limetten 100 Gramm Zucker 200 Milliliter Mineralwasser 2 Zentiliter Zuckerrohrschnaps 4 Kugeln Zitroneneis 1 Die Limetten auspressen Saft mit Zucker zum Kochen bringen, bis sich der Zucker löst Abkühlen lassen 2 Limetern Sirup mit Mineralwasser Zuckerrohrschnaps Und Zitroneneis in einen Mixer geben und kräftig mixen 3 Den Kalipirinal-Eisdrink in Gläser füllen und servieren